Hallo, hier seid ihr auf dem Kanal der Hobby-Renovierer. Ja, wenn ihr euch fürs Heimwerken interessiert, also selber was machen wollt, seid ihr auf diesem Kanal genau richtig. Ich helfe immer wieder gerne allen Leuten bei ihren Projekten, gebe allen Leuten gerne Tipps und Tricks. Ich mache auf diesem Kanal Spachteltechniken, Fliesenarbeiten, Spachtelarbeiten, Streichen, also vieles rund um das Thema Heimwerken. Wenn euch das ein bisschen interessiert, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, kostet euch nichts und ihr seid vielleicht ein bisschen weitergekommen mit eurem neuen Projekt, was mich natürlich auch freuen würde. Genau, also nicht vergessen, unten abonnieren, wenn ihr euch fürs Heimwerken interessiert, dann seid ihr nämlich genau richtig auf diesem Kanal. Und da würde ich sagen, sehen wir uns spätestens bei meinem nächsten Projekt, also in meinem nächsten Video. Nicht vergessen, Daumen nach oben dalassen auf diesem Video, wenn es euch gefallen hat. Ciao!